Ich muss euch meinen Traum erzählen. You ready? Vor ein paar Wochen habe ich geträumt, dass ich mich bei so einer Schauspielschule beworben habe, aber dann beim Casting voll verkackt habe und nicht genommen wurde. Und vor kurzem habe ich dann die Fortsetzung von diesem Traum geträumt, meine lieben Freunde. Die Schauspielschule hat mich gecallt und mir gesagt, Yo, Lisa, deine TikTok sind voll nice, wir nehmen dich doch. Ich nur so nice, los geht's. Dann bin ich da hingefahren, es war so ein Internat und es war wie bei Harry Potter, meine Damen und Herren. Wie bei Harry Potter. Also es sah halt alles aus wie in Hogwarts und es gab halt so Häuser und so ein Hut halt bestimmt, wo du hinkommst. Und es war so ein riesiger Essenssaal, so wunderschön halt und ja, voller schöner Traum, oder? Okay, das war's.